hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen video von mir auf meinem kanal und zwar geht es heute um das bewerbungsvideo für touro 6 mit dabei ist wieder meine partnerin livi hallo und falls ihr noch nicht ist die zwei sind eindeutig ein pvp-team aber wir haben trotzdem Spaß daran mitzumachen wir haben bei Turo Fischer mitgemacht und es hat uns mega Spaß gemacht wir sind zwar nur bis zur ersten Folge gekommen aber wir haben uns vorgenommen beim nächsten Mal definitiv mindestens die folge zwei auch noch zu überleben ja also hoffen wir auf jeden Fall dass wir angenommen werden und ja wir sehen uns dann bei Turo 6 tschüss